Hallo, schön, dass du eingeschalten hast. Heute lade ich dich ein, mit mir autogenes Training zu machen. Autogenes Training ist ganz wunderbar, um zu entspannen. Es ist ähnlich wie progressive Muskelentspannung, jedoch mehr auf der mentalen Ebene. Hast du dir bereits einen Platz gesucht, auf dem du gut liegen kannst? Eine Unterlage, auf die du dich auf den Rücken legen kannst? Wissen solltest du alleine sein, dem Menschen in deiner Umgebung, dass du jetzt gute 20 Minuten deiner Ruhe brauchst? Ist dein Handy ausgeschalten oder so geschalten, dass es dich nicht stören kann? Wenn du dir alles gut vorbereitet hast, dann möchte ich dich bitten, dich hinzulegen. Suche dir eine gute Position auf dem Rücken. Lege deine Beine ein wenig auseinander. Deine Füße und Zehen fallen leicht nach rechts und links außen. Deine Arme liegen neben dem Körper und ein wenig weg. Deine Handflächen zeigen nach oben und deine Schultern kannst du gut abfallen lassen nach unten, weg von den Ohren. Ein leichtes Lächeln darf dein Gesicht überziehen. Als erstes machen wir eine Vorübung, die dich in dein erstes Gespür bringen lässt. Dazu bitte ich dich, dein rechtes Bein ein paar Zentimeter hoch zu heben. Spanne es an, spüre die Anspannung und lasse locker. Hebe dein linkes Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne es an und lasse locker. Hebe dein Bein ein paar Zentimeter hoch, spanne dein Gesäß und deinen unteren Rücken an und lasse locker. Hebe deinen Brustkorb hoch, spanne den oberen Rücken an, mach deine Schulterblätter zusammen und lasse locker. Hebe deine Arme ein paar Zentimeter hoch, mache Fäuste mit den Händen und lasse locker. Ziehe dein Gesicht bis zur Nasenspitze hin zusammen, alle Muskeln deines Gesichts bis zur Nasenspitze und lasse locker. Öffne deinen Mund, strecke deine Zunge heraus, öffne die Augen, schaue weit zurück und lasse locker. Drehe deinen Kopf von rechts nach links und links nach rechts und zur Mitte zurück. Nun bitte ich dich noch einmal deine Position zu überprüfen. Vergewissere dich, dass du so liegst, dass du die nächsten ca. 15 Minuten entspannt liegen kannst, so wie es für dich gut ist. Konzentriere dich nun auf deinen rechten Arm. Spüre die Schwere deines rechten Arms auf den Boden. Spüre den Kontakt deines rechten Arms mit dem Boden. Und wiederhole dreimal geistig in dir, mein rechter Arm wird ganz schwer. Spüre nun die Schwere deines linken Arms auf dem Boden. Spüre auch hier die Kontaktflächen des linken Arms mit dem Boden. Und wiederhole dreimal geistig in dir, mein linker Arm wird ganz schwer. Spüre den Kontakt beider Arme mit dem Boden und spüre auch das Gewicht deiner Arme auf dem Boden. Und sprich dreimal in dir, meine beiden Arme sind ganz schwer. Jetzt spüre dein rechtes Bein. Spüre die Kontaktflächen deines rechten Beines mit dem Boden. Spüre die Schwere des rechten Beines auf deinem Boden. Wiederhole dreimal geistig in dir, mein rechtes Bein ist ganz schwer. Jetzt spüre dein linkes Bein. Spüre die Kontaktflächen deines linken Beines mit dem Boden. Spüre die Schwere deines linken Beines auf dem Boden. Und nun wiederhole dreimal geistig in dir, mein linkes Bein ist ganz schwer. Jetzt spüre den Bodenkontakt beider Beine. Spüre das Gewicht deiner beiden Beine auf dem Boden und sprich dreimal geistig in dir, meine beiden Beine sind ganz schwer. Spüre beide Arme und beide deiner Beine auf dem Boden. Wiederhole dreimal geistig in dir, meine beiden Arme und meine beiden Beine sind ganz schwer. Spüre nun die Kontaktfläche des gesamten Körpers mit dem Boden. Spüre nun die Kontaktfläche des gesamten Körpers mit dem Boden. Von deinen Fersen hin bis zu deinem Hinterkopf. Wiederhole dreimal geistig in dir, mein gesamter Körper ist ganz schwer. Jetzt spüre wieder deinen rechten Arm und spüre wie dein Arm auf dem Boden aufliegt. Spüre deine rechte Handfläche, die nach oben zeigt. Du kannst dir auch vorstellen, dass Sonnenstrahlen deine rechte Hand wärmen oder dass mehr Blut durch die rechte Hand fließt und die rechte Hand deshalb ganz warm wird. Sprich dreimal geistig in dir, meine rechte Hand ist ganz warm. Spüre nun, wie der linke Arm auf dem Boden liegt. Spüre nun wie der linke Arm auf dem Boden liegt. Stelle dir auch hier Sonnenstrahlen vor, die die Handfläche berühren oder stelle dir vor, dass mehr Blut in die linke Hand fließt und deine linke Hand wird ganz warm. Wiederhole dreimal geistig in dir, meine linke Hand wird ganz warm. Spüre nun dein rechtes Bein auf dem Boden. Spüre deine rechte Ferse auf dem Boden und spüre wie deine rechte Fußsohle nach außen gekippt ist. Nun spüre deine rechte Fußsohle von unten und du kannst dir vorstellen, dass Sonnenstrahlen deine rechte Fußsohle wärmen oder dass mehr Blut durch deinen rechten Fuß fließt und dein rechter Fuß ganz warm wird. Wiederhole diesen Gedanken dreimal, mein rechter Fuß wird ganz warm. Spüre das linke Bein auf dem Boden. Spüre deine linke Ferse auf dem Boden. Und spüre deine rechte Fußsohle, wie sie leicht nach außen gekippt ist und nun, wie du sie von unten spürst. Du kannst dir vorstellen, dass Sonnenstrahlen dir deine linke Fußsohle wärmen oder das Blut in deinen linken Fuß fließt, sodass dein linker Fuß ganz warm wird. Wiederhole dreimal geistig in dir, mein linker Fuß wird ganz warm. Wiederhole danach jeweils dreimal, meine beiden Füße sind ganz warm und meine Hände und Füße sind ganz warm. Spüre deinen ganzen Körper von den Zehen bis zum Scheitel. Spüre deinen ganzen Körper von den Zehen bis zum Scheitel. Links nach rechts und von unten bis oben. Wiederhole bitte dreimal geistig in dir, mein ganzer Körper wird ganz warm. Bringe nun dein Bewusstsein in deine Bauchgegend. Spüre wie dein Bauch sich bewegt beim Ein- und Ausatmen, ohne dass du den Atem bewusst veränderst. Dein Atem verändert sich schon ganz von alleine dadurch, dass du ihn beobachtest. Bitte verändere ihn darüber hinaus nicht willentlich. Wiederhole dreimal geistig in dir, mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig und ich spüre meinen Atem. Nun konzentriere dich auf deinen Brustkorb und spüre in die Mitte der Brust. Vielleicht spürst du auch deinen Herzschlag. Vielleicht spürst du deine Freude und deine Liebe. Vielleicht spürst du auch nichts Besonderes. Sage dir bitte dreimal geistig in dir, mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Bringe nun deine Bewusstsein wieder zu deinem Bauch hin. Spüre deinen Bauch. Wenn du willst, stelle dir vor, dass Sonnenstrahlen deinen Bauch wärmen oder vielleicht auch eine Wärmflasche oder dass ein vermehrt Blut durch deinen Bauch fließt. Wiederhole dreimal geistig in dir, mein Bauch ist ganz warm. Jetzt spüre deine Stirn. Du kannst dir auch vorstellen, dass eine kühle Brise deine Stirn kühlt. Ein kleiner Windzug vielleicht. Wiederhole bitte geistig dreimal in dir, meine Stirn ist angenehm kühl. Jetzt spüre dich bitte als Ganzes. Spüre dich und deinen Körper von Kopf bis Fuß, von links nach rechts, von vorn bis hinten. Und wiederhole dreimal geistig in dir, ich bin vollkommen ruhig. Genieße diese Ruhe ein paar Minuten in der Stille. Amen. Amen. Nun vertiefe wieder langsam deinen Atem. Bleibe aber noch einen Moment lang ruhig liegen. So können die Affirmationen besser wirken, die du dir gerade immer wieder mitgegeben hast. Du kannst dir noch dazu sagen, ich bin in voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf jeden weiteren Tag des Lebens. Ich freue mich auf die weitere Woche oder egal was für eine positive Affirmation dir jetzt gerade kommt. Wiederhole sie so für dich, dass es dir gut tut. Dann bewege etwas die Füße, bewege die Zehen, etwas die Hände und deine Finger. Strecke die Arme nach oben oder nach hinten hinaus. Dehne, strecke und regele dich. Zieh vielleicht deine Knie mal ein und fasse sie mit den Händen. Vielleicht schaukelst du dabei ein wenig. Dann schnappst du dir eins deiner Knien und schaukelst mit Zuhilfenahme des rechten Knies auf. Nun kannst du dich hinsetzen oder knien und noch ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Dann schnappst du dir eins deiner Knien und schnappst du dir eins deiner Knies auf. Dann schnappst du dir eins deiner Knien und schnappst du dir eins deiner Knies auf.